Waren Sie jemals Freunde? Oder war A nur ein leeres Versprechen, das B, G und F aus ihm gemacht hatten? Ah! Gott! Diese kleinen Dinge im Leben, deren Bedeutung ich bis heute nicht verstehen kann. Wurde ein Pop gekommen, die Darstellung von A's Leben auf einer Bühne je ertragen können? Ein Typ in einem Bett. Also ging ich zu meiner Frau und sagte ihr, dass ich eine Weile in Einsamkeit verbringen müsste, um ein paar Dinge zu experimentieren. Tojo Los fingers Tojo Los fingers Untertitelung des ZDF, 2020